Na, habt ihr Lust auf den Aufbaukurs mit Ärmel und Kapuze? Hier habe ich eine etwas sportliche Alternative für euch gemacht vom Kreismantel und wenn ihr Lust habt, das auch auszuprobieren, nebenbei auch noch ganz viele Tipps zur anderen Gestaltung, zum Beispiel etwas festlicher oder etwas eleganter oder wo man vielleicht einen Knopf ansetzen könnte oder so zu bekommen, dann macht mit! Bis gleich, tschüss!